Hallo und herzlich willkommen bei Tampach TV. Gerade fährt die RB von Seebruck nach Freiburg Hauptbahnhof durch. Bei Kilometerstand auf der Dreisehnbahn 16-4. In diesem Video behandle ich die Dreisehnbahn. Gerade fährt die RB von Neustadt auf der Hölentalbahn nach Freiburg ein. In Titisee ergänzen sich ab hier die Dreisehnbahn und Hölentalbahn bis Freiburg Hauptbahnhof zum 30-Minuten-Takt. Diese Züge werden von einer Lok der Baureihe 146 gezogen oder geschoben und bestehen aus drei bis fünf Doppelstockwagen. Bis vor einem Jahr 2016 im Dezember fuhren hier noch die Baureihe 143 der Deutschen Reichsbahn. Gerade eben fährt die RB von Freiburg Hauptbahnhof nach Seebruck ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Video. Bis bald, euer Tampach TV